so dann machen wir mal weiter gleich erst die 11 und dann nöf ach komm ich mach direkt die 10 direkt Bonuslevel oh ich soll's so äh perfekt ach ähm what the creepy äh jetzt hör auf da scheint nichts zu sein oh was seh ich denn da okay ja nicht ja nicht hm ja aber wie komm da noch hin verdammt ja okay ja 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 da will ich zu viele Dosen ich will's auch unbedingt ne weißt du was wenn ich eh eh schon die ganze Zeit draufgehe kann ich auch noch das dann jup jetzt bin ich zufrieden jetzt kann ich weiter gehen jetzt bin ich zufrieden jetzt kann ich weiter gehen hey da sind nochmal Dosen ich bin sonst so oft ge- neiiiin gestorben ey da ist dein Kopf dran ey da ist dein Kopf dran ich hätt's riechen sollen ich hätt's riechen sollen ich spring schon wieder auf den nicht nochmal ey 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 ok ok das muss schnell schnell nein nein gib mir doch wenigstens zwei Sekunden mehr jetzt zum Beispiel der Dicke kippt auch oh nett noch nicht mit mir Junge der innere Frieden der innere Frieden sowas von der innere Frieden oh auch jetzt jetzt komm toll ich hab besser den Knopf nicht gedrückt warum muss ich immer Knöpfe drücken warum muss ich immer Knöpfe drücken was soll ich's wagen soll ich's wagen alles ist noch in Butter alles ist noch in Butter dann krieg ich den Checkpoint wieder ach schade krieg ich den Checkpoint wieder ach schade kann ich den versuchen zu schummeln ok ok nein nein da geht ein Pfeil da geht ein Pfeil oh aber die ich brauch aber die Dosen geht's auch noch lang ok ok boah boah ich kann ja ja das ist noch mal 300 ganz entspannt auch entspannt runterfallen ok funktioniert doch nicht so entspannt ein bisschen höher ein bisschen höher ok pack dich halt in die Kanone fest Junge jawoll ja das ist das ist ja ich kann es das ist das ist ich guck mal ob da oben auch Dosen ne aber was ist hier nein fuck Mist Krieg ich noch hin da oben geh ich jetzt hin ich will da wissen ich will ich will wissen was da oben ist da nicht umsonst versteckt ich hab nicht viel Zeit zum springen das ist es Mann immer an den einen die Musik macht's auch nicht komm ich da nicht irgendwie einfacher hoch hä aber was ist denn da oben wenn da ne ich muss so rum kann sich da auch bestimmt mit der Kanone irgendwie hinschieben spring doch Junge das ist ein Problem bei dem will er nicht er muss schon hey yo wo geht es denn da hin zur Kanone komme ich auch nicht mehr das ist ärgerlich ich will schon wissen was da oben ist was ist denn da oben wenn nicht probiert später nochmal komm erst mal weiter scheiße da ist doch ich krieg das spiel also 18 minuten für das bonuslevel ja moin da will ich einiges rausschneiden laser wie ich laser ja liebe da komme ich mal ganz an hau hau nicht mit mir mein freund oh oh hey guys Ich habe es noch bekommen. Ich werde da niemals ganz ankommen. Nein, ungeduldiges Arschloch. Oh, ich lerne es auch nicht. Zack, zack, zack. Ah! Nein! Nein! Weckt mich doch. Okay, es langt nicht. Toll! Ey! Immer bei dem! Gibt es doch nicht. Ja, komm. Nervig. Richtig hart, nervig. Komm, Digga. Geht noch. Fick dich! Ohne Witz! Fick dich! Ohne Witz! Ach, dieses Spiel macht mich fertig, Alter. Ich komme da eine verflixte mal nicht hoch. Nein! Nein! Ist ja unfassbar, Alter. chooses,. Richtig. endlich wir gar nicht wissen wie viele versuche das gerade waren ja moin jetzt will ich zurück bude boah dasselbe nochmal ich nix abkürzen dürfen oder was wenn die auf eine linie sind dann geht es ja alter scheiß auf beide arme es leitet 1 zu 1 darunter zu sprengen ich mache es einfach mal ok jetzt einfach nichts ich tue es trotzdem nochmal ich tue es einfach nochmal weil ich meinen charakter da hast ok da ist einfach nichts gut gut was zum teufel warum faszinierend ach komm ich muss ganz da drüben ankommen fickt das spiel dein ernst fuck off eine dose übersehen ist okay ja level complete lass mich da rein lass mich sterben da check ich erst mal abjunge so kommt man ganz leicht dorthin wo man nicht hin sollte bringt mir das was gar nichts ne ja da bin ich da okay oh mein gott au wird es bis rüber an die wand ich hab bestimmt irgendwo dosen übersehen gerade bei dem jump aber es okay sauber wo muss ich hin nicht so steh auf jungen bin ich nach oben geflogen schade ich dachte das macht er nochmal richtig nein das war der falsche Knopf war mit der absicht dass ich komplett bin weißt du wisst ihr ganz schön anstrengend ich bin ein netter Junge ich schaffs noch ich schaffs noch ich schaffs noch Alter oder 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 Nein! Ich wollte nur nach unten gucken. Da vorne sind Dosen, die hole ich mir erstmal. Nein! Steh auf Junge! Dann bauen sich doch im... Au, 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 au! Keine... Oh mein Gott! Lack! Und dahin ist das Glück! Weißt du was? Einfach mittig durch! Nein! Mittig durch! Mittig durch! Oh! Oh! Es ist scheißegal, ob ich einfach versuche mit dich durchzukommen oder nicht. Es ist trotzdem behindert! Junge! So eine dumme Scheiße sterbe ich die ganze Zeit! Ja, das ist doch perfekt so! Ja, noch ein Arm weg! Komm, komm, komm! Komm! Ein... Oh mein Gott! Fitches bin... Oh mein... Komm! Wollte ich gerne warten, bin ich unten aufgeklatscht! Komm, rette mich! Ah! Es ist unfassbar das Level! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Facken, Junge! Fick dich, Spiel! Einfach! Jo! Beschwer mich nicht! Bin unten! Ich hätte einfach mit meinem Scheißkopf rollen sollen! Ja, dann tut eh alles weh, wenn ich da jetzt irgendwo runterspringe! Mein Kopf lebt! Das ist mir wichtig! Die nehm ich mit! Haben oder nicht haben! Gut! Abgeräumt! Heiß, heiß, heiß! Nein! Ach komm, warum warte ich noch, dass mich irgendwas rettet! Das ist anstrengend! Oh, au, au, au! Die Unge! Seit 20 Minuten hänge ich hier! Leck mich! Nein! Junge! Steh auf! Junge! Ach, du bist doch behindert! Ja! Gut so! Wo ist der nächste ohne Laser? Das ist wieder zu tief, das überlebe ich nicht! Und da brauche ich zu lange, um aufzustehen! Alter! Mach keinen Scheiß, Junge! Mach keinen Scheiß! Alter, ich hab's! Was eine Geburt! Klar, direkt in die nächste! Nein! Ich bin mein Bude hier wieder! Mein Bude, Junge! Du Hure! Meine Beine! Meine Beine! Ich hab's gefeiert! Da! Das hast du davon! Das da! Genau das! Jaaaah! 2,40 Minuten! Boah, die nächsten 3 Level! Juhu! Untertitelung des ZDF, 2020